Heimat ist für mich an keinen bestimmten Ort gebunden, sondern ist die Gesamtheit von Werten, Normen und Gefühlen, womit ich mich identifizieren kann. Gefühlt würde ich als erstes sagen, Heimat ist für mich Iran. Physisch ist, glaube ich, Heimat. Kann Heimat ist ein bisschen überall. Der Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, der Ort, wo man sich freut, wieder zurückzukommen, der Ort, an dem die Leute, die da sind, dich vermissen, wenn du nicht da bist. Wo ich mich wohlfühle und von diesem wohligen Gefühl auch vielleicht anderen was gebe, das kann vielleicht ein Stück Heimat sein. Das sind die Konstellationen von Menschen, das sind Gerüche, Essen, Musik, Sprache, aber Sprachmix auch. Ich fühle mich in Iran und in Deutschland wohl und beide Länder sind mein Zuhause. Köln, ich glaube, Köln ist für mich tatsächlich auch Heimat. Köln, was ist das? Na ja, in Köln wohnen viele Iraner. Da vergesse ich zumindest die Sprache nicht. Ich kann genug Persisch sprechen. Köln, je Schahre tolerant je. Die Rheinländer-Mentalität, ne? Und die je mischt mit Persisch, da kommt was ganz Tolles bei raus. Leute, jetzt muss ich ja ganz schnell blau machen. Doch, alles blau. Reise, ganz blau. Die anderen können wir machen, wie wir wollen. Wenn ich an Divan denke, denke ich, also ich bin, ich sehe geistigen und kulturellen Austausch. Interessante Menschen, die man kennenlernt, von denen man was lernen kann. Mit denen kann ich über Iran, über unsere Sprache, unsere Kultur sprechen. Das ist interessant für mich. Mein erster Wunsch an den Divan wäre, dass man bei dem Namen das W in ein V umändert, weil das von hinten gelesen dann perfekt mein Name geben würde. Das ist auch das Tollste überhaupt, dieser Name. Weil wir Pers haben ein Sprichwort, und das passt einfach wie Paus aufs Auge. Also natürlich Gemeinschaft. Dass halt alle halt auch miteinander gut auskommen und sich nicht streiten. Und dass da halt auch, dass das halt auch deutsch-iranisch ist. Dass das auch halt mal zwei Länder sind und nicht nur ein Land. Ein total toller Ort, wo man halt alles machen kann. Und ich glaube, man kann sich da geschützt fühlen, dass so gesagt der Flügel von dem Vogel um einen ist. Dass man da geschützt ist und ja, dass da irgendwie seine Träume in Erfüllung gehen können. derivative Next Video Video